Jo, willkommen zurück in Assassin's Creed, Liberation HD und wir versuchen es zum dritten, vierten Mal, dass wir hier mal das ganze durchbringen. Und jetzt haben wir noch mal eine. Nehmen wir mal die. Vielleicht nützt sie ein bisschen. Schnell, präzise. Meine duchische Bruder hat sie gut ausgebildet, aber sie wird unsere Pläne nicht stören. Wir haben meinen Koffern, so ja. Schnell, präzise. Meine duchische Bruder hat sie gut ausgebildet, aber sie wird unsere Pläne nicht stören. Oh mein Gott. Ah, nein. Schnell, bitte! Meine Tollische Bruder hat sich nicht auf die Bildung. Aber sieg wir uns auf Pläne nicht schtol. Oh 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 Ah Shit Ah Schnell Präzise Meine tukische Bruder hat sie gut ausgebildet Aber sie wird unsere Pläne nicht storen Erleidigt sie Wer war das? Schnell Präzise Meine tukische Bruder hat sie gut ausgebildet Aber sie wird unsere Pläne nicht storen Komm Erleidigt sie Schnell Schnell Präzise Erleidigt sie Erleidigt sie Erleidigt sie Erleidigt sie Du kannst sie nicht stoppen Nein, 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 nein Wenn ich mit dir fertig bin werde ich deinen Mentor töten Erleidigt sie 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 Sie trug Sie trug genau so eines Wer war sie? Sag mir ihren Namen! Sag mir ihren Namen! Erleidigt sie Erleidigt sie Erleidigt sie Erleidigt sie Wieso denn das? Was denn das denn? Erleidigt sie Erleidigt sie Erleidigt sie Erleidigt sie Erleidigt sie Ob es da verlaut wenn sie Erleidigt sie was ist denn test der adel von johlings wird am gift verändern und die schlafen werden gerecht das werk meines mentors ist vollbracht und die kontrolle über den fluss fällt an die die ihn zu nutzen wissen dann werde ich in den templar orden angeführt wie vereinbart wenn du dein wort hältst keine ahnung mein lehrer war ich weiß nur zu gut wer dein lehrer war baptist vergisst nur nicht wem deine loyalität gehört ich werde euch nicht enttäuschen das hatte ich dir auch meine treuen gefolgsleute steht bereit es ist nun zeit für unser ritual ja das kann man doch steckt in die fahrze steckt in die fahrze Nur noch ein. Ja, ich habe damit. Und das ist doch immer noch ein. Ehm... Steckling. Ehm... Ah, das ist die Steckbrühe vor allem. Ah nein, da hat man hier noch geschützt. Ach, doch, ich muss halt nix. Also weg. Ähm. Haaaa! Hm? 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 Torn... So, halb weg damit, also, ich würd' ich sagen, ich mach da mal schnell ein paar Rüsli nach dann fehlen und dann werden wir wieder gerne das mitgekommen. Danke fürs Zürich und bis zum nächsten Mal, tschüss, tschüss, tschüss.